Kostenkontrolle bei der Zahnaufhellung Europa VS Ta1 Viertler Kai Das Streben nach einem strahlend Wein Latschellen hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Immer mehr Menschen entscheiden sich Fa1 Viertler eine Zahnaufhellung, um ihr Latschellen zu verscharnären und ihr Selbstbewusstsein zu steigern. Doch wie sieht es mit den Kosten aus? In diesem Video vergleichen wir die Kosten Fa1 Viertler Zahnaufhellung in Europa und der Ta1 Viertler Kai, um aufzuzeigen, wo man am besten sein Geld investiert. Europa gilt allgemein als teures Pflaster, wenn es um medizinische Behandlungen geht. Die Kosten Fa1 Viertler eine professionelle Zahnaufhellung in Europa kann ihn je nach Land und Klinik stark variieren. In Deutschland beispielsweise liegt der Preis Fa1 Viertler eine Zahnaufhellung durchschnittlich zwischen 300 und 800 Euro pro Sitzung. In Ländern wie Grohei Britannien oder der Schweiz kann ihn die Kosten sogar noch herher liegen. Diese hohen Preise schrecken viele Menschen ab, die sich eine Zahnaufhellung war ein Viertel entschen, aber nicht bereit sind, so viel Geld auszugeben. Im Gegensatz dazu hat die Ta1 Viertler Kai in den letzten Jahren einen regelrechten Boom im Bereich der medizinischen Tourismus erlebt. Viele Menschen reisen in die Ta1 Viertler Kai, um qualitativ hochwertige medizinische Behandlungen zu einem Bruchteil der Kosten in ihren Heimatlerändern zu erhalten. Auch die Zahnaufhellung ist in der Ta1 Viertler Kai deutlich geeinviertelinstiger als in Europa. In beliebten Staditeen wie Istanbul oder Antalya kosten professionelle Zahnaufhellungen nur etwa 150 bis 300 Euro pro Sitzung. Dabei bieten Ta1 Viertlerkische Zahnkliniken oft einen erstklassigen Service und moderne Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik. Eine Zahnaufhellung in der Ta1 Viertler Kai kann also eine kostengeeinviertelinstige Alternative zu Europa sein. Doch wie steht es um die Qualität der Behandlungen? Viele Menschen sind besorgt, dass geeinviertelinstigere Preise mit minderwertiger Qualität einhergehen kann einten. Tatsächlich sind viele Zahnkliniken in der Ta1 Viertler Kai jedoch international akkreditiert und ervereinvierteln die gleichen hohen Standards wie in Europa. Zudem verwenden sie oft dieselben hochwertigen Materialien und modernen Technologien wie ihre europäischen Konkurrenten. Ein weiterer Vorteil einer Zahnaufhellung in der Ta1 Viertler Kai ist die kurze Wartezeit. In Europa kann es oft Wochen oder sogar Monate dauern, bis man einen Termin bei einem Spezialisten AHLT. In der Ta1 Viertler Kai hingegen sind Zahnkliniken oft flexibler und kann ihn kurzfristig Termine anbieten. Dies ist besonders praktisch F1 Viertler Menschen, die eine schnelle Lassung F1 Viertler ihr Zahnproblem suchen. Na Ta1 Viertlerlich sollte bei der Entscheidung F1 Viertler eine Zahnaufhellung in der Ta1 Viertler Kai auch die Reisekosten Bera1 Viertel gesichtigt werden. Flugtickets und Unterkunft sind zusätzliche Ausgaben, die Bera1 Viertel gesichtigt werden Ma1 Viertelsen. Doch selbst wenn man diese Kosten einberechnet, kann eine Zahnaufhellung in der Ta1 Viertler Kai immer noch deutlich geeinviertlänstiger sein als in Europa. Insgesamt la SST sich sagen, dass die Ta1 Viertler Kai eine attraktive Option F1 Viertel eher Menschen ist, die eine hochwertige Zahnaufhellung zu einem erschwinglichen Preis suchen. Mit erstklassigen Zahnkliniken, modernster Technologie und kurzen Wartezeiten bietet die Ta1 Viertler Kai eine kostengeeinviertlänstige Alternative zu Europa. Wenn Sie also auf der Suche nach einem strahlend Weinlatschellen sind, sollten Sie definitiv die Magglichkeit einer Zahnaufhellung in der Ta1 Viertler Kai in Betracht ziehen. Abschlieeind kann festgehalten werden, dass die Kostenkontrolle bei der Zahnaufhellung in der Ta1 Viertler Kai im Vergleich zu Europa eine attraktive Option darstellt. Durch die niedrigeren Preise, die hohe Qualität der Behandlungen und die kurzen Wartezeiten ist die Ta1 Viertler Kai ein beliebtes Ziel F1 Viertler Menschen, die ihr Latschellen aufwertenmatt stellen, ohne dabei ein Wärmergen ausgeben zu Ma1 Viertler S N. Wenn Sie also eine Zahnaufhellung in Erwagung ziehen, sollten Sie definitiv die Optionen in der Ta1 Viertler Kai Pra1 Viertel fehen. Ein strahlendes Latschellen muss also nicht teuer sein. In der Ta1 Viertler Kai finden Sie eine Kosten gar 1 Viertel in Stigelassung F1 Viertel eher Ihre Zahnprobleme.